Wenn man im Hochsommer nicht aufpasst und sich zu lange Zeit in die pralle Sonne legt, kann man einen Hitzeschock bekommen. Die Körpertemperatur steigt durch das einfallende Sonnenlicht. Bei einem Hitzeschock sollte man die Rettungsdecke mit der silbernen Seite zur Sonne hin in einiger Entfernung zur Person ausbreiten. Die silberne Seite reflektiert die Sonnenstrahlen, sodass keine weitere Sonneneinstrahlung die Person erwärmt. Bei kalten Temperaturen kann man, wenn man nicht aufpasst, unterkühlen. Ein Körper gibt ständig Wärmestrahlung ab. Um diese Wärmeabstrahlung zu unterbinden, sollte man die Rettungsdecke mit der silbernen Seite zur Person hin möglichst eng anlegen. So wird die Wärmestrahlung hin zum Körper zurückreflektiert.